Nach der Europameisterschaft gewinnt also Kabaye aber auch den WM-Titel und Lena Asmus vom TV-Wartentscheid bei ihrer letzten Übung mit dem Band. Die orientalische Musik passt zu ihrem Chip. Die orientalische Musik Doppeltaucherdrehung Kleines unsauberes Fang am Ende Das Ziel musste sein unter die besten 20 zu kommen das sollte erreicht werden für Lena Asmus